Hallo Freunde und willkommen zurück bei DAISY 20 Uhr auf dem Server, keine Ahnung, und zwar vor dem Airstrip. Wir haben Schüsse gehört und machen uns jetzt schon mal bereit. Yo Leute, was geht? Ja, was geht Leute? Ja, wir sind immer bereit eigentlich. Wir sind immer bereit, ja stimmt. Also aus der Richtung habe ich auch die Schüsse gehört, da wo ich hingucke. By the way, Daniel hat mich mal wieder angeschossen in der Aufnahmepause. Ja, weißt du, das ist einfach... Liebe. Wie bei der Geburt. Weißt du, du musst rausgedrückt werden. Boah, Alter, hab ich mich gerade erschrocken, weil du so gemacht hast. Das hat sich angehört wie ein Schuss gerade und ich gehe zur Tür raus, Alter. Richtig die Maus gezuckt, Alter, aber richtig. Boah. Na komm, lass mal hier rumgehen, hier vorne. Aber geil. Lagerhalter meint ihr wieder? Ja. Wenn da so ein Spieler ist, dann... Da ist nie jemand drin. Ne, ne. Ich hab schon mal Waffen. Geht hier jetzt rein. Boah, alter Zombie. Geht hier rein. Okay, jetzt, wenn ein Zombie hier ist, dann ist er... Also da Richtung Brunnen... Go, 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 go. Safe. Drop your way. Okay. Richtung Brunnen kann tatsächlich einer sein, ne? Das ist wahr. Das sind wir nämlich auch oft. Äh, der Brunnen da ist schon öfter frequentiert, glaub. Ne Pipsi. Gut. Wisst ihr, was wir beim letzten Mal gemacht haben? Ne. Wir haben jemanden aus Düsseldorf gegrüßt, ne? Stimmt, 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 stimmt. Ja, wer mir... Das ist in deiner Nähe, alter. Das ist, äh, nicht die schönere Stadt eigentlich, ne? Köln, glaub ich, ist dann in der Nähe. Die Medienstadt. Das ist, glaub ich, noch... Genau, die Medienstadt ist noch schöner als... Das ist die Medienstadt, ja. Wieso Medienstadt? Das sagt man doch so. Ja. Das sind alle... Da wohnen auch alle... Da wohnen auch alle in Köln, ja? Ja, da wohnen auch alle YouTuber irgendwie. Alle größeren. Lord, bald aus Basel, alle. Lord. Ungu. Ja, und was hat das jetzt auf sich mit Düsseldorf? Erzähl mal. Äh, Raffi kommt da her. Raffi? Ah, ne. Mir sicher, alter. Ach. Aber das muss ich auch eine kritische Anmerkung machen. Ist zwölf Jahre alt und unser Let's Play ist natürlich eigentlich erst ab 25 plus. Oh, ja? Geeignet. Das sagst du das? Ja, warte mal, stopp. Ich bin selber erst 22, du Mongo. Gas raus, alter. Ich sag doch so, ja, ja, ja. Ja, aber Raffi, willkommen in der Mongo-Crew. Ja, auf jeden. High five, Bruder. Die wollte eigentlich nur gegrüßt werden, ne? Und nicht gleich in diese Mongo-Crew aufgenommen werden. Ach so, ja, da müsste er ja... Aber da hat er jetzt Pech. Jetzt ist er Teil der Mongo-Crew, ja? Ja, jetzt ist er da drin. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Lass uns zum Airstrip gehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen ein altes übrigens mal eine Gang gründen. Kann man ohne Probleme. Da hat man den Vorteil, dass man die anderen sieht. Durch so ein... Lord Facebook-Nachricht. Was? Schüsse, Schüsse, Schüsse. So, jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Ich bin hinterm Baum, ne? Guckt mal, steht hinterm Hangar jemand? I don't fucking know. Ne, das kam, glaube ich, von... Gut. Ja, von Gefängnis. Glaube ich auch. War der noch hinter mir? Ja. Schüsse, ich habe schon... Daniel, wo bist du? Hinter dir oder Luzi hinter euch? Okay. Der könnte da auch drin campen? Könnte. Ich gehe mal damit rechnen. War das ein Player hinterm Hangar oder ein Zombie? Ich gehe jetzt mal weiter, komm. Ich gehe jetzt mal weiter. Immer damit rechnen, dass die durchgucken, ne? Ja. Ich höre auf jeden Fall Munition. Also das Splitten von Munition. Okay, die Tür ist auch auf. Was machen wir? Da ist einer drin. Wollen wir hier warten? Wollen wir hier warten, bis er rauskommt? Der sieht uns doch eh. Der sieht uns doch eh. Weißt du doch nicht. Ja, der bugt bestimmt. Es bugt einfach jeder. Das ist das Ding. Ich gehe mal außen rum. Ja, ich folge dir mal. Geh mal vor, bitte. Ich bleib mal hier im Gebüsch und ziehe auf den Eingang. Ach Gott, mein Puls wieder. Er ist so behindert. Wahrscheinlich werde ich gleich von der Seite erschossen oder so. Könntest du da so irgendwas sehen? Nee, ne? Nee. Ist gar nichts. Oh, Zombies, Alter. Okay. Der kann hier drin sein. Der kann hier drin sein. Kommt ein Zombie. Kommt hier auf uns zu? Vorm Gebäude. Boah, Alter. Ja, kann sein. Ja, ich glaube ja. Hast du eine Axt, Luzi? Nee. Ich glaube gar nichts. Bullshit. Weg hier. Lass mich nicht alleine hier, Alter. Wo bist du denn? Im Gebüsch, da läuft du gerade drauf zu. Ah, läuft. Ist der Zombie? Ja, kommt der? Ich komme jetzt zu dir, warte. Achtung, Achtung, Achtung. Nicht schießen, bitte. Wer nimmt den Zombie? Ja. Ich mache, ich mache, ich mache. Das ist schon sehr ungünstig. So, Jungs. So. Soll ich da reingehen jetzt, wenn der Zombie tot ist? Tür zu, oder was? Ich habe Bock auf Adrenalin auf. Ja, dann geh rein jetzt. Warte, ich brauche, hallo, ich brauche Rückendeckung. Ja, ich gebe die Rückendeckung. Ich brauche, ich brauche. Zelle ist clear. Alter. War Concentration, Alter. Ich trau mich gar nicht so wirklich irgendwie. Komm. Stopp, stopp, stopp. Axt auf der Treppe. Warte. Ganz ruhig sein. Ja, Axt auf der Treppe. Was heißt? Ja, korrekt. Schossen dicht machen. Ja, korrekt. Kein zurück, Alter. Kein zurück. Okay. Unten ist schon mal clear, Jungs. Unten ist clear. So. Wir gehen mal weiter vor. Und jetzt? Ja. Das Ding ist... Okay, warte. Okay, okay, komm. Sollte man vielleicht in den Bugraum gucken? Ja. Nein, 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 nein. Nicht, nicht. Es gibt hier keinen. Es gibt hier keinen. Wenn du hier jetzt Bug used, dann used du wirklich Bug. Also da gibt es keine Entschuldigung. Warte. Okay, okay. Hinten ist clear. Alter, der Raum, ey. Luzi, mach es. Der Raum kommt hoch, kommt hoch. Ich trau mich in die Reihen. Der Raum ist so kacke. Okay, clear, clear, clear. Boah. Moin, Junge, Alter. Erstmal Valium, ey. Boah. Aber ist er denn nicht mehr hier drin, oder was? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder er war nie hier drin. Ja, das kann er auch sein. Aber ein Adrenalinkick auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wegen nichts. Oder er hat ausgelockt. Auf jeden Fall lag hier gerade noch Munition. Und auf jeden Fall nehme ich dir mal die Achse damit. Wollt ihr auch mal auf jeden Fall nochmal sagen? Auf jeden Fall. Auf jeden. Okay. Ganz ehrlich? Ja. Ohne Spaß. Was sag ich dir? Stopp, ich guck mal. Ja? Jetzt mal ohne Spaß. Wegen Backraum guck ich. Ah, da gibt's ja kein Backraum. Stopp. Gehen wir weiter? Wir können weitergehen, aber auf jeden Fall wachsam bleiben. Auf Patrick warten. Und das sowieso. Ich hab hier noch 20 Schuss. Boah, Alter, wo pack ich die jetzt nochmal hin? Okay. Oder oder wofür? Ja. Ist die jetzt auch dabei dann das nächste Mal, oder wat? So. Meine Mutter? Ja. Was machst du denn immer die Tür auf, du Mungo? Adrenalin? Super, es reloadet meiner. Hast du gut hinbekommen, Alter. Das hattest du vor, ne? So, Patrick, du hast jetzt lange gebraucht, du darfst vorgehen. Komm. Ich gucke hier erstmal, bleib doch mal locker. Ja, komm. Das ist eine Ze... Ah, hier ist doch wieder das Klo, wa? Was machen denn Kohletabletten auf dem Klo? Ja, ey, was machen Kohletabletten auf dem Klo? Na klar, warst du mal wieder auf dem Pott, Junge? Warte mal, bist du wieder hart auf dem Pott? Okay, weiter geht's. Clear, 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 clear. Bisher noch clear, clear, clear. Erde, clear, clear. Clear, clear, Grashalm. Ameise, Ameise, clear. Lol, ich gehe einfach rein und zu gucken. Äh, SKS, okay. Zwei bleiben vorne, zwei bleiben vorne. Einer geht in den Hangar. Okay, alles klar. Das könnte Muni sein, was ist das? Oh, das könnte ich gut gebrauchen. Lol, ruiniert, scheiße. Stimmt ja. Okay. Jo, ist alles gut. Jo, weiter. Oder hinten, was ist das da? Okay, nee. Ich gucke nach hinten. Stopp, 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 stopp. Was? Schüsse. Von wo? Aus Richtung Tower. Dann lass uns weitergehen. Oder zwischen die Hangare gehen. Ja, ich gehe hinten rum. Ja, das hinten rum ist die beste Idee. Im Hangar ist steckigste Position. Da wird auf jeden Fall gekämpft, das ist geil. Da können wir uns ein bisschen einmischen. Scheiße, Zombie. Scheiße, Zombie, ja. Du sagst es. Ja, warte mal, warte mal, ich mache mit Fäusten. Ich glaube, der ist, der macht gar nichts. Ah, Axt. Oder mach Axt, Patrick. Der ist noch besser. Schön auf den Kopf und dann ist Ruhe. Lol. Lol, deine Animation gerade. Alter, was ist hier nicht in Ordnung? Irgendwas ist hier... Das ist korrekt. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Scheiße. Massive Lecks. Ja, du läufst da irgendwie... Was denn? Hä? Es sieht komisch aus, dass ihr da veranstaltet. Ich glaube, jetzt ist es wieder normal, oder? Hast du deine Fäuste gerade draußen, Patrick? Lol, ja. Kackt der Server ab, oder was? Keine Ahnung. Soll ich mal schießen? Nee, das ist schlecht gerade. Alter. Ah, lass uns jetzt weitergehen. Na, komm einfach auf Scheiße. Nein, Alter, warte. Es ist gerade irgendwie echt ätzend. Ich kann nichts ziehen hier. Okay. Ohne Waffe ist natürlich sehr... Achtung. What, 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 what? Zombie, zombie, zombie. Okay, jetzt hast du ihn getroffen, zumindest. Nochmal. Kopf, sagst du? Ja, das ist gleich einfach. Das ist eine... Gut, dann kämpft er wahrscheinlich wieder an einem Tower, oder auch wieder im Gefängnis. Im Backraum, ne? Stimmt. Alter. Jetzt hat er es geschafft, hey. Mein Gott. Du warst ja Holzfäller damals, ne? Hast du die Baumwollbäume abgehackt? Ja, hier habe ich im Akkoholz. Oh Gott. Ich bin gerade nicht so entspannt, Alter. Ja, ich merke es. Du musst einfach Glauben haben, ins Spaghetti-Monster. Oh, es laggt hart. Ja, richtig hart. Was war denn mit dem Spaghetti-Monster nochmal? Da gab es noch eine Server-Meldung, ne? Ja, ja. Hier oben steht die Scheiße, Jungs. Ich rush jetzt einfach mal vor. Ja, ich komm mit, komm, scheiß drauf. Ich rush mal hinterher. Rush Hour, Junge. Lol, Rush Hour. Es gibt natürlich auch andere Filme. Wie Star Wars, zum Beispiel. Oder Herr der Ringe oder Harry Potter oder sonstige Filme und so, ne? Wo ist der Mongo, Alter? Lass mal nördlich rumgehen. Wenn die im Backraum sind, dann sehen die uns hier zumindest noch nicht, weil die nicht durch den Tower durchgucken können. Okay. Alter. Die ganze Zeit rote Kette, ne? Ja. Irgendwann hatte ich gelbe die ganze Zeit. Ich gehe mal davon aus, dass der noch im Tower ist. Du gehst davon aus, okay. Ja, entweder im Tower oder im Backraum. Eins von beiden. Da kann man ja auch hoch, ne? Mit der Leiter. Stimmt, aber das will ich mir jetzt nicht geben. Ja, nee, nee, nee. Ist zu riskant. Ist viel zu riskant. War da wieder ein Schuss? Keine Ahnung. Ich habe nichts gehört. Okay, ich gehe jetzt rein in den Tower. Okay. Ich komme hinterher. Ich bin unter der Treppe. Alles klar. Wo bist du, Patrick? Ich bin in dieser Garage. Okay. Komm, jetzt muss ich mal Eier zeigen hier. Gut, jetzt bist du dran. Alles klar. Ich gebe dir Deckung, wenn es geht. Okay, mittlere Etage ist clear. Okay, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Haben wir schon mal einen großen Freiraum? Wir werden es holen, mein Lieber. Ich habe was essen gehört, aber das kann doch... Boah, wo? Hinter mir. Das können doch nur... Nee, ich höre auch Zombies. Das sind irgendwelche random Geräusche. Okay, sieht safe aus hier oben. Aber es scheint auch nichts Interessantes mehr zu liegen. Doch da hatte ich eine FNX. Ist noch eine Muni-Box. Aber ganz ehrlich, mir ist das das jetzt nicht wert. Nee. Kann ich verstehen. Bist du noch bei diesem Unterschlupf da, Patrick? Ja. Gut. Ist noch eine Kohle. Komm, die mal mit. Boah, krass. Alter, eine Taschenlampe. Okay, du bist noch da. Gut, dann müssen wir in das Gebäude da rein. Was meint ihr? Ja. Cliffhanger? Cliffhanger oder diese Folge noch? Na, da gehen wir jetzt noch rein. Ja, da gehen wir noch rein. Alles klar. Das machen wir. Oh Gott, ey. Meine Finger zucken, ey. Alles klar, alles klar. Ich gehe außen rum. Ich folge Patrick. Da liegen Sachen rum, ja. Loll! Auf der Wiese. Da rennt er weg. Auf der Wiese. Seht ihr den? Wo? Richtung? Da, wo ich hingucke. Ja, ich sehe nicht, wo du hingucke. Wo ist das denn? Keine Ahnung. Komm ums Gebäude rum. Siehst du ihn, Patrick? Ja. Alter, da oben Blut ist hart, ne? Ja. Habe ich auch gerade gesehen. Den treffen wir niemals von hier. Ach, never, Alter. Lieber reingehen? Achtung, da blutet es hart. Also, da könnte noch was sein. Ja, aus dem Bettenraum, Alter. Habe ich mich so erschrocken. Lol. Ja, im Backraum blutet es. Okay. Lol. Immerhin. Gehen wir rein? Im Backraum, Alter. Klar, wir gehen mal rein. Im Bettenraum blutet es auch ziemlich hart. Lol. So, Tür zu. Zellentür zu. Alter, was ist denn hier passiert? Wir erleben, weißt du, wir erleben immer die Massakers, ey. Was ist denn los? Lol, Alter. Hier auch, hier auch. Guck mal, komm mal in den Raum hier unten. Scheiße. Alter. Alter. Was ist denn hier passiert? Ey, hier ist noch eine Dose, Alter. Das hat wie immer das mit Sacki erleben müssen. Schon krass. Ja, aber wir kommen zu spät. Ja, wer weiß. Wie, da schliebt da oben noch einer. Okay, immer die Ecke im Auge behalten, wegen des Backraumes. Alter, liegt hier Stuff rum. Ich guck da mal rein. Alter, und da ist keiner mehr drin, ne? Alter, what the fuck. Alter, wie viel Munition hast du denn hier, Alter? Alter, das ist denn hier kaputt. Oh, lol, guck mal. Hier ist einer mit diesen 40.000 Schuss. Hacker. Oh Gott, was machen wir mit dem? Krasse Kacke. Kein Plan. Ich geh mal in den Backraum und save das. Also, dass da keiner reinkommt und so. Oh, der fickt mich hart. Fickt mich hart. Alter, aber sowas von. Soll ich den Mundi mitnehmen? Stehm dir mal mit. Obwohl, das ist scheitern. Nee, komm. Was liegt denn hier noch rum? Alter, hier liegt einfach alles rum, weißt du? Und Essen, Alter. Zack. Dem Toten ist Essen aus der Tasche zerren, Alter. Wo hast du das gesehen mit den 40.000 Schuss da? Irgendwo da im Bettenraum, musst du gucken. Alter, Vater. Soll ich mal meinen Rucksack aus? Ja, komm, ich tauch mal meinen Rucksack aus hier. Und auch eine Top-Mosin. Wer ist? Keiner. Also. Irgendwie kommt mir das auch gerade komisch vor. Ja, hier ist, also. Schon ein bisschen komisch. Also ich sehe das hier gerade. Alter, aber alles voll. Ey, wir müssen die Munition eigentlich hart mitnehmen, ne? Ja, aber nicht die, nicht die Hacker-Munition. Nee, die sehe ich auch gerade gar nicht. Aber umso besser. Ach, hier hinten ist ja noch mehr, Alter. Was ist denn hier los? Essen, 60er-Magazin. Ach, scheiße. Fuck, ey. Ey, was ist, ey, ich muss ja, nee. Lol, was ist denn los mit dir? Das befordert mich gerade ein bisschen hier. Ja, ähm, wir gönnen uns eine kleine Pause. Würde ich sagen, ja. Machen einen auf Loot-Arking und dann... Liebe Leute, wenn ihr Sachen braucht, dann sagt Bescheid. Wir haben erstmal genug. Scheiße. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.